Hallo, hier ist der Jens. Und ich will euch sagen, ich bin so enttäuscht von der Netflix-Serie. Ich habe 33 Jahre im Gefängnis verbracht, unschuldig. Und ich hatte mir so gehofft, dass Netflix euch die Wahrheit über mein Leben sagen würde. Aber das hat Netflix meiner Meinung nach nicht getan. Es gibt zwei verschiedene Arten von Lügen. Das Verbreiten von falschen Behauptungen und das Auslassen von wichtigen Fakten, die man wissen muss, um den Gesamtkontext zu verstehen. Meiner Meinung nach hat Netflix beides getan. In diesem Video befasse ich mich mit drei falschen Behauptungen ganz am Ende der Netflix-Serie. Aber bitte schaut euch auch mal ein anderes Video an. Da geht es um 20, tatsächlich 20 ganz wichtige Beweise, die einfach nicht in der Netflix-Serie drin sind. Und jetzt fangen wir an mit der ersten falschen Behauptung ganz am Ende der Netflix-Serie. Ganz am Ende der Serie kommt so ein seltsamer Typ und sagt, dass die DNA-Testergebnisse in diesem Fall weder meine Schuld noch meine Unschuld beweisen. Dazu solltet ihr wissen, dieser Mann hat eigentlich gar nichts mit dem Fall zu tun und er ist kein promovierter Genetiker. Das liegt also außerhalb seiner Expertise. Und seine Aussage stimmt auch so nicht. Das forensische Labor Virginias hat die Blutblumen am Tatort untersucht und mein DNA wurde nirgendwo gefunden. Ich hänge euch den Bericht unten an. Allein die Tatsache, dass mein DNA nirgendwo am Tatort war, ist ein wichtiger Hinweis, dass ich tatsächlich unschuldig bin, nie am Tatort war. Darüber hinaus haben sich zwei promovierte Genetiker mit den Blutproben befasst. Der eine ist Professor Shanefield, hier seht ihr ihn. Der andere ist Professor McClintock, der ist auch in der Serie drin. Und diese beiden Genetiker kamen zu dem Schluss, dass das Blut am Tatort von zwei unbekannten Männern stammt, nicht von mir. Die zweite Aussage am Ende der Netflix-Serie, die ich als faktisch inkorrekt ansehe, ist die Aussage von der sogenannten forensischen Podologin, dass der Sockenabdruck am Tatort höchstwahrscheinlich von mir stammt. Das ist der größte Unsinn, den ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Hier zeige ich euch ein Foto von diesem Sockenabdruck. Schaut ihn euch doch bitte mal an. Der ist vollkommen verschmiert und außerdem wurde er gemacht in Bewegung. Das seht ihr an den Streifen oben bei den Zehen. Dieser Sockenabdruck wurde mit einem Fußabdruck verglichen. Und zwar am Fuß, der ganz vorsichtig auf das Papier runtergesetzt wurde. Da ist gar keine Bewegung drin. Das eine ist ein Fußabdruck, der nicht in Bewegung ist. Das andere ist ein Sockenabdruck, der doch in Bewegung ist. Das ist wie Äpfel und Birne. Das nächste ist, Fußabdrücke und Fingerabdrücke haben Rillen. Da kann man jemanden identifizieren. Aber ein Sockenabdruck ist wie ein Handschuhabdruck. Da kann man niemanden identifizieren. Und Leute, die das behaupten, betreiben sogenanntes Junk Science. Das ist pseudowissenschaftliche Forensik. Und das weiß jeder. Das weiß auch Netflix. Am Anfang der Folge 4 zeigen sie euch diesen Experten für Junk Science, Chris Fabrikant, der sagt, der Vergleich von Sockenabdrücken ist nicht wissenschaftlich. Dazu gibt es eine Untersuchung von der National Academy of Sciences. Es gibt einen Professor in den Vereinigten Staaten, der ein Experte auf dem Bereich ist. Sockenabdrücke kann man nicht vergleichen, weil sie keine Rillen haben. Dann überlegt euch mal. Man weiß doch gar nicht, aus welchem Material diese Socke war. Wie viel Flüssigkeit hat die aufgesogen? Wie hat das denn die Form des Fußes und den Abdruck geändert? Ich habe euch dazu ein Video gedreht, wo ich meine Handabdrücke und meine Handschuhabdrücke miteinander vergleiche, damit ihr mal sehen könnt, was das für ein Quatsch ist. Schaut es euch bitte mal an. Hier mache ich Abdrücke mit drei verschiedenen Handschuhen. Wie ihr sehen könnt, ist das Material in jedem Fall anders. Und daher sind die Handschuhabdrücke auch immer eine unterschiedliche Größe. Hier mache ich einen Handabdruck mit Tinte. Genau wie ich das damals gemacht habe mit meinem Fußabdruck. Und jetzt mache ich das, was die angebliche forensische Podologin gemacht hat. Ich vergleiche Äpfel mit Birnen. Ihr könnt sehen, in jedem Fall ist der Handabdruck kleiner als der Handschuhabdruck. Und die Finger sind immer in einer anderen Position. Zuletzt könnt ihr sehen, wie ich kleine Kreuzchen auf die Vergleiche gemalt habe. Das ist der absolute Beweis. Aber nicht der absolute Beweis meiner Schuld, sondern der Beweis, dass da alles vollkommener Unsinn ist. Es gibt noch eine weitere Sache, die ihr wissen solltet im Zusammenhang mit dem Sockenabdruck. Im Sommer 1985, bevor ich verhaftet wurde, hat sich ein Wissenschaftler vom Forensischen Institut Virginias den Sockenabdruck angeschaut. Er stellte fest, dass dieser Sockenabdruck die Männergröße 5 bis 6 hat. Mein Fuß hat die Größe 8,5. Der ist viel zu groß, um diesen Sockenabdruck hinterlassen zu haben. Der selbe Wissenschaftler am Forensischen Institut hat sich auch den Fußabdruck von Julian Hasem angeschaut. Das ist einer der Halbbrüder von Elizabeth. Und der Mann ist vollkommen unschuldig. Aber sein Fuß passt auch auf den Sockenabdruck. Das beweist also gar nichts. Ich habe euch ein Video gemacht, damit ihr mal schauen könnt, wie gut der Fußabdruck von Julian Hasem auf den Sockenabdruck passt. Schaut es euch an. Julian Hasems Fußabdruck passt auf den Sockenabdruck, aber er ist vollkommen unschuldig. Genau wie ich. Die dritte Behauptung am Ende der Netflix-Serie, die vollkommener Quatsch ist, ist die Idee, dass Elizabeth und ich die Tat gemeinsam begangen haben. Das stimmt nicht. Sehr viele Polizisten haben sich diesen Fall angeschaut. Und kein einziger davon glaubt, dass Elizabeth und ich zusammen zum Tatort gefahren sind. Nicht einmal die Polizisten, die mich für schuldig halten, denken, dass Elizabeth und ich das zusammen gemacht haben. Das ist eine Theorie, die Netflix erfunden hat, um euch zu interessieren, eure Klicks zu bekommen. Aber es ist nicht die Wahrheit. Diese Theorie funktioniert nur, wenn man glaubt, dass Elizabeth und ich den Zimmer-Service, den Room-Service, um 16 Uhr bestellt haben. So wird das ja auch in der Netflix-Serie dargestellt. Aber das kann nicht passiert sein. Der Manager des Marriott Hotels hat bei meinem Prozess ausgesagt. Und er hat gesagt, die Bestellung kann nur zwischen 17.30 Uhr und 23 Uhr eingegangen sein. Es kann nicht vor 17.30 Uhr gewesen sein, weil das Abendmenü erst um 17.30 Uhr begangen. Und es ist, er denkt, es war eher gegen 23 Uhr, denn es war die letzte Bestellung des Tages. Aber selbst wenn man glaubt, dass wir die Bestellung um 17.30 Uhr aufgegeben haben, dann hätte das Essen erst mal zubereitet werden müssen. Und es hätte zum Zimmer gebracht werden müssen. Und dann hätten wir dafür unterschreiben müssen. Denn für Zimmer-Service muss man unterschreiben. Dann wären wir frühestens um 18 Uhr losgefahren von Washington, D.C. zu dem Haus der Eltern von Elizabeth, Derek und Nancy. Damals galten noch das Speed Limit von 55 Meilen pro Stunde. Das hätte viereinhalb Stunden gedauert. Wir wären also frühestens um 22.30 Uhr am Tatort angekommen. Und angeblich wurden wir doch erwartet. Ich weiß übrigens nichts davon, aber das wurde ja in der Netflix-Serie behauptet, dass wir erwartet wurden. Glaubt ihr wirklich, dass Derek und Nancy Hasen uns um 22.30 Uhr erwartet haben? Und dann haben wir zusammen angeblich Alkohol getrunken, etwas gegessen und um 23 Uhr, so in etwa, begannen dann die Morde. Das hat nie stattgefunden. Einer von uns beiden war in Washington, D.C. im Hotel und hat für diesen Room-Service unterschrieben. Ich war es. Leider gibt es diesen Beleg nicht mehr. Das wurde ja auch in der Netflix-Lehre gezeigt. Es gab einen Beleg, aber die Polizei hat ihn nicht in die Hände bekommen. Daher gibt es auch keine Unterschrift an diesem Stück Papier. Aber einer von uns musste da sein. Nach meinem Prozess hat mein Anwalt dann mit den Managers des Kinos gesprochen, der den Film Stranger Than Paradise gezeigt hat. Und dieser Manager hat sich die Karten angeguckt und seine eigenen Belege und Akten aus dem Jahr 1985. Auf den Kinokarten wurden Seriennummer gedruckt. Die wurden chronologisch gedruckt. Und er konnte feststellen, der Manager des Kinos, dass diese Kinokarten irgendwann zwischen 20 Uhr und 22.15 Uhr gedruckt und verkauft wurden. Das bedeutet, dass der Käufer dieser Kinokarten ein absolutes Alibi hat. Und der Käufer dieser Kinokarten bin ich gewesen. Denn diese Karten wurden in meinem Zimmer im Studentenwohnheim gefunden, nicht Elisabeths. Ich habe ein Alibi. Durch den Room Service im Marriott Hotel und durch die Kinokarten. Einer von uns beiden, ich, war in Washington, D.C. zur Tatzeit. Jetzt nehmen wir mal einen Schritt zurück. Welches Problem hatte Netflix bei dieser Serie? Sie hatten nichts Neues zu erzählen. Also mussten sie etwas erfinden. Und das Neue, was sie erfunden haben, ist diese vollkommen unglaubwürdige Theorie, dass Elisabeth und ich die Tat gemeinsam begangen haben. Aber das funktioniert nur, wenn sie den Sockenabdruck ernst nehmen. Denn sie müssen ja irgendeine Verbindung zwischen mir und dem Tatort herstellen. Und das machen sie mit dem Sockenabdruck, obwohl das Quatsch ist. Und sie müssen die DNA-Testergebnisse infrage stellen. Denn eigentlich beweisen die DNA-Testergebnisse meine Unschuld. Die Notwendigkeit, ein spannendes Ende zu machen, zwang Netflix dazu, Quatsch zu erzählen, zu den Sockenabdrücken und zu den DNA-Testergebnissen. Und das ist einfach nicht richtig, Leute. Das sollte man nicht mit einem menschlichen Leben machen. Denn ich habe tatsächlich 33 Jahre unschuldig im Gefängnis verbracht. Und dass Netflix das gemacht hat, das verzeihe ich denen niemals.